Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. So, hier bin ich auf dem Neroberg und blicke auf die russisch-orthodoxe Kirche mit ihren wunderschönen goldenen Kuppeln. Und manchmal ist es im Leben ja genauso. Man steht irgendwie, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und vor allem sieht man den Schatz nicht, der an einem bestimmten Tag für dich verborgen ist. Und dann muss man irgendwie sich bewegen, eine Lichtung finden, suchen, sich auf die Suche machen, bis man diesen wunderbaren Blick bekommt auf die goldenen Kuppeldächer deines Schatzes. Und es lohnt sich, danach zu suchen, was glänzt. Es gibt einen wunderbaren Spruch, der heißt, suche den Schimmer, suche den Glanz. Du findest es nimmer, findest du es nicht ganz. In diesem Sinne will ich euch ermutigen, sucht die goldenen Kuppeln in deinem Wald heute. Dass euch das gelingt, dazu wünsche ich euch viel Spaß. Alles Liebe, euer Micky. Vielen Dank. Musik Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.